auch jetzt die letzte haben machen lassen, macht deutlich, Herr Messner, dass Sie mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 18 Millionen Euro an Umsatz in die Fläche nachdenken. Und damit natürlich Wertschöpfung, Beschäftigung und der Bekanntheitsgrad des Landes-Mittnummern-Vorpommern deutlich vergrößert worden ist. Und hinzu kommt, es ist sicherlich eines der interessantesten Destinationen, so heißt das ja heute, also die Standorte für den Tourismus sind unsere drei Nationalparke, drei Biosphärenreservate und die sieben Naturparke. Es sind die wichtigsten, die tatsächlich auch Magneten für den Tourismus im Mittnummern-Vorpommern.